Es begann in Berlin, allerdings nicht am Kurfürstendamm, sondern in der Strafanstalt Tegel. Die D-Mark-Killer. Ein neuer Film von Rolf Thiele führt sie durch das deutsche Wirtschaftswunder. Imetreusstraße 10. Schöne Mädchen, Musik, Privat. Dann also zum Geschäft. Wir werden wie verabredet neue Volkswagen aufkaufen und über Hamburg nach Amerika liefern. Bei solchen Geschäften kann man natürlich leicht baden gehen. Gerda Maus, du führst morgen in die Schweiz. Wie? Du triffst doch deinen Herrn Wetterli, ein sehr anständiger, stiller Mensch. Der wird das Geld anlegen. Und zwar auf deinen Namen. Man kann nie wissen, was passiert. Herr Fräulein, ich hätte gern sowas wie ein Lexikon. Wo all die Dinger drinstehen, für die man in den Knast muss. Ins Gefängnis. Ach ja, Sie meinen ein Strafgesetzbuch? Sie sollten nicht mit Volkswagen handeln. Wolltest du was besseres? Aber die Konkurrenz wird doch immer größer. Die brauchen doch nur noch im Auto spazieren zu fahren. Oder zu telefonieren. Dann lass mal gut sein, Mama. Wenn alles klappt, was wir vorhaben, dann hörst du hier auf. Lass das bloß noch, mein Junge. Sonst müssen sie für dich noch eine Drehtür im Gefängnis anschaffen. Ein turbulenter Tanz ums goldene Kalb. Die D-Mark-Killer führen sie durch Höhe und Tiefpunkte des deutschen Wirtschaftslebens. Damals habe ich mir geschworen, eines Tages werde ich auch Golf spielen. Ich bleib auch nicht Friseuse. Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Vielleicht bin ich die Gelegenheit. Ein Knast, Bruder? Aber deswegen brauchst du dich doch nicht aufzuregen. Es gibt weit aufregendere Dinge in diesem Film. Ich muss immer wissen, mit wem du umgehst. Entschuldige. War er sehr aufgeregt? Was sagt er denn? Es ist das erste Mal, dass er mich nicht gebeten hat, dich herzlich zu grüßen. Aber das ist ja eine wunderbare Gelegenheit. Wir laden unsere Waffen in den Euphawes und Fracht bleibt vollzeit. Der günstigste Augenblick für einen Überraschungsangriff ist dann morgen, wenn die Leute austreten müssen. Offizier gewesen? Selbstverständlich, Major, Panzerwaffe. Wildfnecken? Döwaritz. Auf dem Stamasse gewesen? Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Nimm doch die Brille runter, wie sieht denn das aus? Das kann ich nicht. Warum nicht? Ach, ich hab doch immer Angst, die kennen mich von zu Hause. Ähnlichkeiten mit lebenden Damen oder Lebemännern sind wirklich rein zufällig. Ich habe etwas gegen diese Geschäfte. Gegen glatte Geschäfte, Vater? Zu glatt. Es geht drunter und drüber in diesem Film. Aber weiblicher Charme behält immer die Oberheit. Charlie, los! Gib ihr eine, die Zege ist besoffen! Aber Mama, aber Frau Bauer! Gnädige Frau, mir dämmer! Man muss beweglich sein. Wem der Boden im kühlen Norden zu heiß wird, nimmt kühl im heißen Afrika volle Deckung. Die Geschichte einer weltweiten Autoschiebung schildert der Film Die D-Mark-Killer. Er bringt ihnen interessante Enthüllungen aus dem Wirtschaftswunderland nach dem Motto Schau, Trau, Wehen. Aber, Kinderchen, was habt ihr denn vor? Das erfahren Sie demnächst in diesem Theater. Es erwarten Sie die D-Mark-Killer. 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 Vielen Dank.